Mein sind zu einer neuen Folge von... Ich kotze gleich. Ich habe gerade 20 Minuten aufgenommen, wollte gerade die Aufnahme beenden. Hängt sich das Spiel auf. Aber keins, ich hänge mich einfach mal auf. Nein, nein, ich hänge mich auf und speichere nicht. Ich wollte eigentlich gerade dann so ein Speich... Was ist denn heute für ein Tag? Ich wollte heute bloß zwei, drei Folgen aufnehmen. Und jetzt bin ich wieder hier und habe nichts... Die Uni habe ich nicht vor... Also, okay. Ähm... Was? Warum? Kronistan, ja... Wofür ist... Du musst weg. Hä? Warte mal, warte mal, warte mal. Ne, wir laden das hier neu. Ich wollte schon sagen. Ich wollte doch schon sagen. Ja, genau, das ist der Speicher. Jetzt habe ich aus dem Auto-Safe genommen, der vier Minuten weg liegt. Das ist unser Speicher. Apropos Auto-Speicher. Option... Gameplay... Automatisch speichern, jede zehn Minuten. Ja, genau. Okay. Jetzt auch, weil ich es wieder so geladen habe, legt es mal ein bisschen, wie ihr sehen könnt. Jetzt kann ich... Jetzt kann ich alles nochmal erzählen, was so viel Scheiße das ist. So, was habe ich denn zum Beispiel gemacht? Ich musste mich erstmal reinfinden und habe dann gemerkt, dass zum Beispiel... Ähm... Ich weiß nicht, ob der hier drüben ist, der noch eingezogen und dann... Der hatte kein Wasser. Der hatte hier noch kein Wasser. Deswegen... Hups. So. Ich hatte nämlich richtig viel Geld. Gut. Ach, stimmt ja. Zack, 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 zack. Noch ein bisschen schneller. Das war nämlich das Ding hier unten. Hier. Guck dir hin. Er hat nämlich mehr Bevölkerung. Und dann konnte ich... Genau, ich hatte 15.000. Hab die Uni genommen. Nichts Budget von der Uni, danke. Hab die Uni genommen und hab die hier unten hingestellt. Schubst. Hier. Aus dem einfachen Prinzip her, äh... Dass sie da nämlich kein Wasser hat und die Schüler verdrucht... Nein. Weil... Ja. Weil hier unten bringt die ein bisschen mehr, die Uni. Äh, ich wollte die jetzt nicht drehen, danke. Das stoppt irgendwie langsam alles aus. Ich wollte nicht so viel Industrie und ich weiß nicht warum. Egal. So. Was? Zu wenig Strom? Wollt ihr mich verarschen? Ah, okay. Ja, pfff. Kleinstart. Yay. Ah, einzigartige Gebäude. Und was ich alles... Man kann hier eben halt einzigartige Gebäude bauen, Züge. Äh, und das Wasserkraftwerk kann man jetzt endlich machen. Was ich eigentlich zuerst vorhat, aber dann gemerkt hab, dass wir nicht genug Geld für sowas hatten. Weil das kostet hier drüben 88.000. Und weil ich grad sehe, wir haben wieder Strommangel. Kommt hier einfach so. Zack. Zack. Wir haben jetzt eh genug Geld. Deswegen reichen die erstmal aus. Und... Äh, komm. Ja. Fehlen wieder zwei. Und ich habe, äh, ein Problem gelöst gehabt. Dass wir, äh, eine Straße abreißen. Zwar die hier. Und... Äh, von... Brauchen vierer Spur, danke. Die hier. Und hier eine dazwischen drin packen. Also im einfachen Prinzip her, weil, äh, die Straße da vorne ist ein bisschen dicker. Zu über, äh, überbefahren. Die hier. Und... Dann müssen die Autos jetzt eigentlich überall mal woanders lang. Am besten wäre es, wenn ich jetzt hier eigentlich noch eine Eimannstraße nach oben hinziehe. Wir können die nämlich bloß hier hochfahren und müssen dann hier oben hier drüben abbiegen, um wieder hier hinten lang zu kommen. Und hier sind auch zwei Kreuzungen nebeneinander, was auch immer richtig bekloppt ist. Dann machen wir... Dann lassen wir die hier vorne auch weg. So hier. Und... Äh... Packen noch eine Straße, würde ich sagen. Keine Autobahn. Äh... Die, jo. Hier oben dran. Hättest du ein bisschen weiter mittig gepackt, wäre es natürlich auch noch besser gewesen, aber... So müsste es jetzt eigentlich funktionieren. Hoffe ich doch zumindestens mal. Ist das keine Industrie? Hä? Wo ist denn das Gelbe hin? Bin ich jetzt komplett blöd? Achso. Gelb, hm. Okay. Ich hab nichts gesagt. Da könnt ihr noch euch hinpacken und wohnen. Hier könnt ihr noch wohnen. Wie ihr es haben wollt halt. Jetzt müsste die Straße eigentlich ein bisschen weniger Ballast haben. Dafür hat die Straße über... Ach komm. Und hier vorne. Die hier vorne hat tierisch viel Ballast. Bloß wenn ich hier einen Kreisel hin mache, hier vorne. Sag ich jetzt mal. Dann... Kommt auch das gleiche Problem mit den Kreisel wie hier vorne. Weil... Die wollen alle einen bestimmten Ausgang haben. Und das ist mies. Aber natürlich war es ein bisschen besser, wenn ich... Äh... Wenn ich hier ein Vierspurer-Dings hinsetzen würde. Oder ein Sechsspurer. Gerade eben hat doch alles so gut funktioniert. Entschuldigung. Entschuldigung. Die Ausfahrt ist eh kein Problem. Löst sich das jetzt ein bisschen. Ein bisschen ja, aber nicht viel. Weil hier vorne diese zwei Kreuzen komplett zu blöd sind. Äh... Autobahn... Nicht verbessern. So. Ähm... Von... Von hier an... Bis... Ich finde es besser, wenn das so ist. Ja, dann rufe ich jetzt nämlich hier vorne die... Die... Die Ausfahrt hier ab. Hier. Und dann haben wir nicht gleich so zwei so eine Dinger voreinander. Obwohl es eigentlich immer noch bescheiden ist. Ja, hier haben wir das 3D-Kreuz. Hier haben wir... Das Kleber-Kreuzung. Die natürlich auch nicht schlecht wäre, aber... Obwohl die... Ich könnte... Warte mal, ich könnte die hier eigentlich hier hinpacken. Anstatt das Ding eben teilt. Gut, da wären jetzt die Schienen im Weg und so weiter. Aber... Komm, komm. Stoppen wir das mal. Ähm... Und... Da ist ein Tier komplett weg. Durchweg, durchweg. Die Autos hier jetzt so fliegen. So. Durchweg, durchweg. Ich baue mal alle gleich nochmal. Ja, wir haben hier... Wir haben nicht... Okay. Jetzt machen wir... Äh... Eine... Kleber-Kreuzung hin. Kann man das auch irgendwo drehen? Hallo? Wie konnte man das drehen? Ah, okay. So, um das zuzubauen, müssen da oben die Bindinger weg... Und die noch weg. Okay. Weg. 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 Das Ding ist aber auch riesig. Musik. So. Ob es jetzt gerade ist oder nicht, will ich jetzt gar nicht wissen. Jetzt geht mal da rein. So, Einbahnstraßen. Von hier bis hier. Von hier bis hier. und autobahn von hier bis hier hier ist zwar jetzt alles ein bisschen schräg aber wegen hier drüben das ist so ein problem halt so und von hier bis hier und von hier bis hier hier vorne die bin dinge machen wir mal weg und nicht verbessern sondern von immer wie war das bild hoch nachher genau so ein bisschen noch mal wie die so so wird es nicht unter und so das ist jetzt erstmal hier und damit ich hätte dann irgendwann mal alles voll bauen kann und hier war das ich will mich jetzt war das industriegebiet weiterhin legen es rutscht jetzt wird dann von da drüben aus hier hin und hier drüben kommt dann noch weiter gewerbegebiet hin aber ich habe kaum noch geld von daher ist es erstmal egal weil wir müssen jetzt erst mal geld sammeln ich sehe gerade hier ist jetzt müsste alles ein bisschen flüssiger gehen jetzt sieht sie mit der befahren ist aus auf jeden fall besser als vorher die vorne stockt immer noch rum wenn man da eigentlich auch in kreise hier so hinsetzen könnte so hier irgendwie ach ja noch ein zweites ding ich will keine mods das ist auch so ein ding was ich festgestellt habe ich will keine mods haben also nicht irgendwie mods die mir hier irgendwas anderes mit an drin sondern diese schöne spielen mods weil es mich nämlich auch komplett kommt das machen wir jetzt auch noch so warte ich mich richtig hier diese diese konstellation tierisch auf könnte man das am besten machen so hat er kommt es kommt nicht an dieser ort ist bereits belegt wie so ein schnitzel ok wenn man die jetzt wir von irgendwo hin machen wie weit kommen wir bis wir kommen bis hierhin so blöd wie es klingt hier wer wirklich wird er noch mal am besten hier wenn wir hier noch mal so eine hin machen für das industriegebiet eben halt bis sie aber eher wirklich hier drin sind dass sie genau irgendwie so hängt man müsste es machen dass sie ungefähr so hängt aber weil das ja immer hier so aus weil das nur zweispurige dinge sind ist es natürlich auch noch mal extrem blöd also weil das hier eine reine einwandstraßen gedöns ding ist das ist so ich weiß es nicht wie man das am blödsten macht so einfach mal so dinge in die pflastert und jetzt heißt es noch verbillt ich hasse diese verbesserung stinger verbesserungswerkzeug blablabla ich weiß wenn ein sexy in deinem note das ist nicht so viele kreuzungen aneinander ich merke es gerade selber ist ok ist ok komm ne das lassen wir einfach alles weg gucken hier das war eine blöde ideen hat mir zu viel geld gekostet der kreise dem wir hier vorher hatten da war eigentlich schon richtig gut warum denn hier das wurde kleiner den meine ich natürlich er ist immer noch gut ok damit das wurde kind weg und straßenmäßig und straßenmäßig so ich reiß mal hier auch ab ich und dich und dich ne ich eine sekunde kriegt doch da wohl eine straße du bist eine einbahnstraße ach darum hat es bestimmt auch so gestaut ja ja es gibt minus geld ist mir sowas von rille die setze ich gleich um was auch immer du sein mögest so du bist auch wohl daran gekoppelt ja ja das wohl danke und du bist ich kann hier lang fahren und hier hin wenn sie wollen ich könnte jetzt noch einen weg nach unten machen aber das war eigentlich auch sinnlos und komm machen wir einfach weiter oder nein 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 wir machen jetzt nicht weiter wir machen jetzt was ganz geiles keine sicherheit speichern ja das ist jetzt verpacken gut jetzt ist es gespeichert ich würde mich sagen wir sehen uns zu einer neuen folge von city skyline ich werde jetzt noch 1 2 aufnehmen aber ich glaube eher nur 1 und deswegen würde ich nämlich dann sagen bis morgen dann und danke fürs zuschauen ciao 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 ciao